hallo meine lieben freunde ich bin's euer Ivo Busch EP und mal wieder ein live stream ich hoffe ihr freut euch denn ja ich bin auf jeden fall mühe dass sie jetzt hier wirklich regelmäßiger kommen und jetzt bis bis zum letzten moment hatten wir in letzter zeit so ist es richtig gesagt kommen die echt regelmäßiger ich hoffe mal freut euch drüber und morgen soll es wieder sein morgen ist freitag und ja morgen setzen wir mal auf morgen und morgen ja morgen morgen ihr verstanden morgen freitag und von 15 bis 17 uhr so ungefähr das ist eine zeitspanne wo ich morgen ganz gut zeit habe und da ganz normal league of legends abo battles wo ich streame weiß ich leider noch nicht ganz genau entweder bei twitch oder bei own3d ich werde heute abend und morgen dann noch mal ein paar test durchführen war eigentlich wohl lieber bei twitch streamen weil es mir generell beliebter ist ja wenn es nichts wird dann müssen wir auf own3d ausweichen und für beide stream seiten habt ihr noch mal den link in der beschreibung und ja sonst muss ich glaube ich auch gar nichts mehr groß dazu sagen passwort wie immer unter diesem video und ja ansonsten 15 bis 17 uhr morgen freitag abo wette jeder kann mitmachen und ja by the way pbi ist offen dass wir noch mal ganz kurz hin angehängt haben also alle die sich jetzt im account registrieren möchten sollten sie jetzt auf jeden fall tun ich weiß nicht ob es nur heute random mäßig ist oder ob es jetzt für die nächste zeit immer offen sein wird auf jeden fall pbp ist offen dazu habe ich auch ein video das habe ich jetzt gerade als startvideo oder zumindest irgendwo auf meinem channel noch gebunkert sonst zieht euch das noch mal rein und dann ja würde ich mich freuen wenn morgen wieder ordentlich leute online sind wir hätten auf jeden fall schon die 100 geknackt aber na was ist unser nächstes sie die 200 und wann wir die 200 knacken mal schauen ciao leute wir sehen uns auf jeden fall morgen und viel spaß noch heute beim zocken